Das Wetter in der Schweiz kann man manchmal schon nicht planen. So wie heute. Es regnet den ganzen Tag in Strömen. Und ich wollte grillieren. Zum Glück habe ich die Electrolux Plancha Platte. Da kann ich auf der Glaskeramik mit oder ohne Induktion problemlos Bröteln und grillieren. Fleisch, Gemüse, alles wird wunderbar. Und jetzt machen wir Steak drauf. Das Fleisch ist fertig. Von unserem Plancha Grill. Schaut mal wie fein das aussieht. Gemüse dazu. Vom Grill. Trotz Regenwetter. Perdeck. Schön raus. Mega gut. Und habt ihr gewusst, wenn ihr Hilfe braucht vom Finden von eurem neuen Gerät. Lytet uns an oder macht uns ein Mail. Wir helfen euch gerne.